Und du bist wirklich Boxer? Irgendwie habe ich mir die anders vorgestellt. Gib mir deine Freundschaft. Stell dir mal vor, es kommt jemand vorbei und sagt, willst du Profi werden? Was willst du denn machen? Ich würde dich mitziehen. Gib mir eine Chance. Warst du schon mal beim Kampf von mir? Das heute war der Beste. Du musst dich schon entscheiden. Willst du Profi werden? Ja. Gib mir eine Zukunft. Ich muss raus gehen. Er macht uns fertig. Was willst du sein, hä? An dir die Birne einhauen! Daniel Brühl. Manfred Zapatka. Elefantenherz. Kennst du die Schwächen deines Gegners? Kennst du deine Stärken? Kennst du deine Schwächen? Und deine Stärken? Elefantenherz. Demnächst im Kino. Und die Stärken am B gospela. Von. Gut. Vielen Dank.